Heute ist der Tag, an dem wir an den größten Terroranschlag auf dänischen Boden gedenken. All die Probleme, die wir in diesem Land sehen, sind alle zurückzuführen auf diese fremden Menschen. Die müssen raus. Wir müssen uns verteidigen. Wir haben ihnen die Staatsbürgerschaft gegeben, wir nehmen ihnen die Staatsbürgerschaft wieder weg. Jeden Tag sterben Menschen in Syrien. Stirbt hier einer, springt die ganze Welt auf. Komm rein, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Das hat mich gebraucht. Wie schreckt du dich, du hast einen terrible Bates? Du machst einen Fehler, weißt du? Niemand hat dir oder deiner Familie was angetan. Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind alle. Heute Nacht zeigen wir, dass Dänemark die Dänen bestimmen. Und dass es hier nur eine Gesellschaft gibt. Und das ist unsere.